Jede Tätigkeit oder jedes Aufstehen ist im Moment eigentlich schon eine Leistung, die ich vollbringe. Absolut nicht viel, aber in der Relation ist das teilweise mehr als andere Leute verbringen, weil ich sehr häufig an meine Grenzen damit gehe. Ja, was einfach wieder schön war, dieses Gefühl zu haben, man hat wieder Beine, die einen tragen. Da sieht man mal, wozu der Mensch in der Lage ist. Mit Training und Willen und Einsatz kann man eben wirklich vermeintlich unmenschliche Leistungen vollbringen.